Heute waren die Rain Cups endlich nach der Winterpause von Epic Games und naja, wir haben in wenigen Gründen die 75 Punkte für den Hängegleiter gehabt, aber schaut einfach mal selber, wie wir performt haben. Und die in der Badewanne. Passt. Ich bin so hoch! Hey, kannst du nicht mehr? Kannst du den... Na, wo, Digga? Warum? Warum? Ich hab den Bus noch in die Augen. Hey, Bro, kannst du ein bisschen von deinem Mikrofon weg? Ich bin weit weg. Musst du mich auf Discord leiser machen. Bro, Digga, du bist bei mir noch... du warst noch nie so laut, glaube ich. Ich seh doch gleich, wie ich so ein Pumpe durchs Fenster bekomme. Hanna, Schildbrick. Opfer fehlt. 57. Hab noch. Schön. Andere hat auch einen fetten Hit passiert. Wo ist er? Der rennt. Er ist hier drin. Dead. Oh, schön. Ich kann gerade von der anderen Seite. Wenn die nicht genau auf uns zulaufen würden. Hatte wir lasern den. Wir gingen beide auf die vorne. Oben, oben, oben. Okay. Oh! Ah, der snapt, der snapt, der snapt. Ja, gut gesnapt. Ich baue, ich fliege viel zu hoch. Weiß nicht, wo der snapt ist. Einer ist unten, der ist unten, der ist unten. Ah, ich glaube, die holen die Karte, ne? Naja, wahrscheinlich. Aber die sind oben. Die wollen diese drei Punkte ja aber sowas von, oder? Ich weiß nicht, ob wir einfach Hardcore pushen sollen. Ich hab die Karte, warte. Ach so, ja. Oh, ich muss gleich meine AR da unten wiederholen. Nice. Oh, einer ist cracked. Ja, pushen, pushen. Der ist schon zum zweiten Mal cracked. Jetzt reicht doch mal. Er hat ein Schild. Oh, du Schwanz, Digga. Ich geh von hinten. Ich hab die Wall. Füll, krieg einer. Dead, dead, dead. Beide, dead. Oiii! Hier ist neun, neun Chapang. Das ist ne, wie ist die Karte? Was ist für ne Karte? Was ist die Karte? Er wartet, chill, hier war nämlich gegnern, ne? Ich weiß, aber warum ist da ne Karte? Was ist das für ne Karte? Nimm sie mal in die Hand. Ich lass sie irgendwo hier sitzen. Nimm sie mal in die Hand, du siehst ja, wo sie dich hinführt. Ja, die teigt mir komplett irgendwo nach, nach Osten an. Sorry for the miscone. Ah, in der Luft, in der Luft dort. Rechts. Sollen wir schießen? Ja, meiner Minus hat er gefickt. Oh, der hat zwei Minus, Digga, der vor dir. Aboh, Digga. Nicht der, nicht der, nicht der, nicht der. Aber der pusht mich. Warte, ich komm zu dir. Er ist weggegangen. Der andere hat Minus 102. Da unten, unten, unten. Was? Er ist nur 96. Come on. 54, white. 54, white, deine. Cracked. Ich hab so viel Fall. Ich hab so viel Fall. Schau, ich hab so viel Fall. Schau, ich hab jetzt jetzt. Alles kurz, ich muss die Magic poppen. Ganz kurz. Oh, hab den Pumpstoffe verfehlt. Warte, warte. Von oben und hinten. Oh, Mann! Du brauchst unbedingt Metz, frem fürs Endgame. Ja. Oder ein Kill bräuchtest du, aber... Oh, der wurde gelaser, glaube ich. Muss ein bisschen gucken. Geh nicht zu, aber... Ah, sind zwei, glaube ich, sind zwei. Ja. Und ich geh nicht auf Rückzug. Taktischer Rückzug. Ach, du... Du... Das ist schwierig. Du brauchst irgendwoher so ein Kill. Und du... Oh! Hol die Metz, go for the Metz. Warte. Du brauchst hier. Er hat's schon genommen. Maybe ein Luscher in die Box rein. Du hast hier nichts zu verlieren. Du musst dir irgendjemand einfach pushen. Ja, schön. Stark. Ja, schön. Schön, schön. Behalt den High Ground. Behalt den High Ground. Du brauchst sehr guten High Ground. Du musst nach vorne move'n. Der hat die Metz unbedingt... Oh, über dir. Über dir. Scheiße. Scheiße. Digger. Ah, mach's denn, Alter. War gut. Okay. Bro, der Typ hier. Aber ich hab wieder so'n Arsch, ob das... Ich kann's ja auch beschreiben. Ich bin in die Drohne geflogen. Oh. Oh, der ist einfach in mich reingespawnt. Der hat mir nicht. Nein, was? Du, aber Metz. Wo ist das One-Shot? Der hat ne Waffe. Ja, einer hat, glaub' ich, eine. Oh, der hat mich in die Drohne geflogen. Oh, ich bewegt mich so vorne. Wie split'n die sich? Sind das die mit auf? Ja... Rönt hast du den anderen die Hälfte Foto ist noch einmal Pläten genommen Montag haben wir schon ja gut was ich glaube man dringend Hängergleiter habe ich so auf Tick-Tock gesehen er hat stand auch stand auch in den Belohnungen ja doch irgendwo hier war ich dachte doch ich bin doch nicht dumm Achtung das bist du nicht nein einer ist dead, einer ist cracked der war einfach hinter mir da kommen noch mehr Nervio hinter dir ja da finde ich genau mich was ein Hut und so nochmal einer was ich meine wohl ja Bro macht zu viel Spaß Digger ja Bro chill doch Digger da meine Papa hat keinen Schuss mehr ja das ist ehrlich ein Reboot wenn ey das ist ehrlich ein Reboot wenn ey lol hat es da nichts mehr lebe Gegner nein Digger also komm warte ich komm ey komm komm mal los ja wo wo ah natürlich falle ich runter ja ich hab fast mit Pistol geholt den Bastard ja 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 ich hab ja das ist ja das ist ja 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 75 punkte hier schon ja doch im gegensatz zu den anderen bin ich gut diese richtung hier gleich werdet ihr im moment sehen ich glaube ich wurde noch nie so krass und fordner gefickt wie hier hast du in die hohen drin wurde gepumpt von keine ahnung ist gut ist sehr gut ich bin fikt hat mich gefickt niveau wo wir da wenn er nicht an tiga ich wurde zugefickt ich wurde zugefickt übrigens der typ war unrealplatz 78 1254 in dieser season er hat 980 pr in den cups hat eigentlich auch nicht wirklich schlecht so performt muss man sagen wie man hier sehen kann platz 100 im solo victory cash cup digga und der kollega hat 100 earnings von dem wurde ich so unbeschreiblich was er mit mir gemacht hat und über dir ich glaube ich muss man einfach den hätten von den zwei mal fragen ob der mich mal nach unreal bringen kann sie noch da sogar ich mache mit ihm was dem was vorher mit mir gemacht wurde ich lasse mir das nicht mehr gefallen egal der rennt zu um seine mutter auch unten unten geht es ist und wollen unser ding holen und 21 der links das user cage schwänze No, bei der 121 hier, jo Cracked Das hat nicht geschossen Warte, warte Ich bin auch nicht da Einer lock Bonshot Komm hin, gell Ja, komm Achtung, hier wird es brutal abgehen, Digga Na Achtung, hier noch hoch Oh, one shot, one shot, one shot Er ist runter, er ist runter In der Luft Ah, flippteck, flippteck Slacked Komm noch einer Sheep weg Ich kann ihn nicht bauen Ja, geht nicht Komm dem nach Och, ich hab das nicht mehr, ne? Ich hab so viel Aber chill doch Digga, provoca Ja, Digga, chill doch, meine Frätze Cracked Oh, ich kann ihn nicht bauen, ist so komisch hier Hat mir dann ja was auch Nein, ich bin untergefahren, ne? Oh mein Ja, wer direkt mitkommt, diese Nutten, Kinder, Meile Ja, danach haben wir noch eine Runde gespielt, aber da sind wir direkt gestorben, deswegen Ja 100 Pimper? Nein Achso Oh man, ich hab den Pa- Versuch, da unten hat sie noch ein Fertig gefickt, oder? Naja, ich würd sagen, der Cup war eigentlich ganz gut, da wir in ca. 6 Runden 167 Punkte geholt haben, aber naja, ich hoffe das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und bis dahin, ciao